Sie sind viel größer als die gewöhnliche Ratten. Lasst uns vorsichtig sein. Alles nehmen. Ist okay. Mach ich, meine Dame. So. Der hat Fellarmschiene. Wir haben nichts. Hallo? So. Achso, den haben wir doch schon. Okay. Wow, wie viele? Und die kommen dann wahrscheinlich alle auf einmal, oder wie? Upsala. Das ist doch kein Ratte. Okay, so. So, und jetzt hier. Wunden. Eine Wunde, die eine deiner Helden erlitten hat, ist ernst. Sie senkt deine Kampfwert und bleibt so lange, bis du sie behandeln lässt. Wunden sind kumulativ. Ihre Abzüge addieren sich. Erleitet ein Held. Fünf Wunden geht her und möchte ich nieder. Nutzerverbände und andere Dinge mit dem... Oh, Treffer. Heilkunde wunden. Einen Zauber oder suche eine Heile auf, um sie zu entfernen. Schau dir die Beschreibung zu den Talente und Zauber an. Dort findest du weitere Informationen. Okay. Moment. Das ist der hier. Was? Vielleicht kannst du ihr... Wunden auf mein Kollege... Machen. So. So. Und jetzt hier. Moment. So. 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 Ich sehe schon kommen. Wir haben diesmal verloren. So, sterbend. Ein Eldison mächtig. Ja, das sind wir. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Wir müssen das neu laden. Das war schlecht gemacht. Ja, keine Chance. Gut. Spiel laden. Wo waren wir? Wo waren wir? Wo waren wir? So. Na gut, hier. Laden. Na, kommst du? Ja, das war schlecht angefangen. Und noch schlecht aufgehört. Oder schlecht angefangen und katastrophal aufgehört. Das müssen wir irgendwie besser machen. Aber, das Fisch haut ganz schön rein, ja. So, irgendwie muss ich aber dieses, äh, diese Ding schwächen. Also, die muss ich zuerst auf die Oberratte. Und dann erstmal die Kleinen loswerden. Und die anderen immer brennen lassen. Die Oberratte. So. Okay. Ja, ich bin bereit. Gut. So, speichern. Jetzt speichere ich noch einmal. Spiel speichern in ein anderes Spielstand. Äh, ja, 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 ja. Wo habe ich das? Dann machen wir hier. Speichern. Ja. So. Weiter. Kollegin. Ja, rufst du dein Schweinchen her? Oh, money. Rufst du dein Schweinchen her? So. Er macht da seinen Armatruz. Du machst auch deinen Armatruz. So. Und wir laufen jetzt hier zum Kollege. Erstmal der, ja. Ja. Versuche ich ja. Versuche ich ja. So. Okay. Stopp. Auf dem hier. Auf dem Oberratte. So. Auf dem hier. Das hier. Du schießt mit heim Pfeil. Auf dem da. Gut. So. Ja, ja. Ist ja okay. So. Achtung. So. Auf dem brennen. So. Du schießt jetzt auf dem da. Achtung. Und ich mache hier. Und ich versuche mal ein bisschen hier. Nein. Wer ist sterbend? Ach ne. Du machst eine Wundelein. Geht nicht mehr. Na super. Kannst du seine Wunden eilen? Gibt gar nichts mehr, oder? Nö. Also entweder bin ich zu schwach, oder? Es kamen immer mehr. Also das mit dem Schwein dein Leben, das ist nicht schlecht. Nur. Das mit dem Schwein dein Leben ist nicht schlecht, aber so. Hier auf dich selbst. So. Und jetzt selber heilen. Das ist schade, dass er hier nicht machen kann. So. Schade, schade, schade. Ja, das Schwein da hinten, das ist in Ordnung. So. Machst du noch einmal Klarum Purum auf dich? Okay. Das war dann wieder nichts. Laden. Ich hoffe nur, wir machen hier nicht hier noch 30 Mal mit. Also der Kollege hinten, der Schwein, der Schwein, der hat sich da hinten gekümmert. Und wir hätten nur zu zweit eigentlich da oben machen können, also machen brauchen. Sich um die Riesenratte kümmern. Dass die auch gleich da vorne ist, die auch gleich da vorne ist, die Riesenratte. Ich habe gedacht, die wäre vielleicht weiter hinter. Aber so, die kommt, die kommt, die kommt und kommt. Gut, okay. Nein, ich pausere jetzt hier jetzt hier. Und wir schmalt das hier von dem. Alles. Skillen. Ja. Skillen. Und von wie aus mache ich den jetzt auch so? Die gewöhnliche Ratten. Du machst deine Intelligenz. So. Intelligenz. Okay, so jetzt sind wir einige Massen vorbereitet. So. Stopp. Das erste, was du machst. Mädchen. Ja. Du aus Tenier gleich eine rein. So. Du aus Tenier gleich eine rein. Okay. Und dann warten wir es ab. So. Und jetzt hier das Feuer auf dem Kollege hier. Wundern. Okay. So. Pause. Du machst jetzt hier Planumpurum auf ihm. So. 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 Und er macht jetzt hier Warum hat er nicht auf Oberratterich? So. So. Und jetzt hier. Moment. Verwundert. Kannst du da seine Wunden irgendwie heilen? Ja. Kannst du da irgendwie seine Wunden heilen? Klarung. Immunität gegen Gift. Ne. Nicht gegen W- Hm. So. Kannst du vielleicht jetzt hier Bevor er da Bevor er wieder in die nächste Wunde Beidsam Salabunde Ne. Ne. So. Nein. Beidsam Salabunde Was ist denn bitte so schlimm hier? So. Jetzt hier. Und bald habe ich die fünfte Wunde. Moment. Vielleicht bin ich hier. Moment. Ja. Ich bin einfacher Verband. Was macht der einfacher Verband? Bandage können Wunden plus eins. Achso. Benutzen. Okay. Das war jetzt ein bisschen Oh. Na. Wir laden jetzt. Also wieder. Das bringt nichts. Ja. Also das bringt nichts. Laden. Ich hätte vorhin sprechen sollen. Wo ich aufgehoben habe. Und dann. Könnte ich das Ganze wieder starten. Ja. Ihr seht. Es dauert halt ein bisschen. Ja. Also. Warum nicht? Also die Ratte. Die ist ja schon. Mächtig. Und damit die ganze Wunden. Ja. Das ist ein bisschen. Missfällt mir. Also das heißt. Das gefällt mir nicht. Ah ja. Und irgendwie der Schwein. Der hat sich ein bisschen zurückgehalten. So. Kollegin. Achso. Pause. Nein. 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 So. Kollegin. Wir nehmen jetzt alles wieder von dem her. Wir gehen auf das Eventar. Wir rüsten das aus. Wir rüsten dich aus. So. Okay. Was? Ja. Von dir nehmen wir das hier. Du kriegst. Du kriegst hier nochmal Amatruts. Und kriegst hier nochmal. Ja. Und der kriegt noch einmal Intelligenz. Ei. Und kriegst du keinen Amatruts. So. Und der Kollege kriegt hier. Der Schwein kriegt hier. Gewandtheit. Oder Mut. Ich glaube Mut. Und jetzt speichern wir. Und. Diese Bisswunden sind viel größer als die gewöhnlichen Ratten. Ja. Lasst uns vorsichtig sein. So. Pause. Die. Kriegt erstmal das hier drauf. Ich frage mich warum akzeptiert er das nicht. Erstmal das hier. Du. Ja. Schießt. Auf dem hier mit dem Pfeil. So. Verstehe ich nicht. So. Du schießt auf dem mit dem Pfeil. War ihr. Der hier. Der macht. Auf dem da. So. Gut. Wunderlich.